Und herzlich willkommen bei einer neuen, kompletten, äh, ähm, zu einer neuen Update-Video von Los Forestos, von Teron, welcome. So, also, genau, machen wir an, das gehen wir jetzt mal so, was haben wir hier? Erstmal wie das Buch durchgehen. Das kennen wir ja schon, vielleicht ist was Neues dazu gekommen, das kennen wir auch. Das auch, ne? Hm, 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 hm. Ja, so, Retter, elevated. Oh. Dö, dö, dö. Ach. Ein, man kann, okay, man kann einen Stuhl machen, das ist ja cool. Ähm, okay, ein Stuhl. Was noch? Das ist ja cool. Ähm, ein Tisch, das ist ja geil. Boah, ähm, äh, ja. Hehe. Alter, ich brauche eine größere Wohnung. Krass, wir können einen Tisch bauen. Okay. Wir sitzen dann hier und dann essen. Das wäre geil. Ja, auch was Neues. Schauen wir mal. Also, Tisch. Sieht auch alles normal aus. Wird auch. If hee cheese. Irgendwas dazu, die neue To-Do-Liste. Ja, geil, wir können, wir können uns jetzt, also, eine Küche bauen. Das ist ja richtig geil. Ähm, nice. Cool. Sehr, sehr geil. Cool, warte mal, wir sind hier mit Innovationen. Ach, das hatten wir ja schon. Äh, ja, dann müssen wir jetzt mal Stickys sammeln. Oder habe ich hier noch genug liegen? Das mal. Ey. Nee. Gut. Wir haben einen Baum mit Stickys. Ja. Würde ich mal so behaupten. Ähm. Ja, nice. Also, dass wir jetzt so eine, so eine Mini-Küche bauen, äh, ja, Tisch halt bauen können. Das ist schon mal sehr geil. Sehr, sehr geil, finde ich das eigentlich. Alter. Wie viele Kilometer sind das? Was? Zwölf? Fünf? Dreißig? Okay, warte mal, gibt es nicht irgendwas anderes? Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich irgendwas vielleicht übersehen? Okay, Locksleds, Dickhäuler, Rockhäuler, Lock... Achso, Rock. Lock, ich dachte schon. Ähm, Medikal, das kennen wir ja. Skin Rack. Oha. Mhm. Habe ich irgendwas vielleicht übersehen? Hoodbank, Bett, Chair, Table. Aha. Die beiden sind neu, glaube ich, jetzt kommen. Oder vielleicht sind die schon länger dabei. Cool. Sehr nice. Aber jetzt gehen wir jetzt mal zurück auf die Change Lock. Ich werde gleich die anderen Sachen bauen. So, also, was haben wir denn schönes? Äh... Extreme-Harte, 60. Whole Limit. Ozean-Quality High. Sichtschatten, Sonn-Schein. Shadows. Okay. Wo ist denn... Aha, Interessant and Loom brauchen wir nicht. Law Graving. Textur, Qualität haben wir auch schon, glaube ich, auf Extreme. Aha. Okay. Ähm. Ja. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich stelle vor, die EU-Einwohner sind richtig stark, schwierig geworden. Ha. Das stimmt. Ach, die laufen durch rum. Über die Lurchen habe ich, glaube ich, genug. So, also. Hm. Wie war der Eingang, ne? Ja, genau. Ähm. Oh Gott. Viel Stickies. Ja. Nice. Hehe. Ist noch irgendwas dran? Hallo? Ne. So, perfekt. Es wird dunkel. Es wird gerade sehr dunkel. Ich würde gerne mal eben vorausschlafen. Einfach, weil ich es kann. Gut. Ja. Das ist ja schön. Ah, lang ist es echt her, dass ich wieder Forest spiele. Oh Gott, ach so. Sehr, sehr lange her. Ja. Wie gesagt, es ist wohl ein ziemlich kleines Highlighter, dass man so eine Bank, so einen Tisch bauen kann. Und einen Stuhl, der immer wohnen, nicht, ja? Sehr, sehr wohnen, ja? Wir haben jetzt schon eine Bank. Warte mal, kann ich mich mal schon einsammeln hier? Sechs, three steps ist gut. Ja. Perfekt. Aber wo kriege ich jetzt Dickes hier, ey? Oh. Ist hier noch was schön dran? Ist hier noch was kaputt? Ne. Gut. Oh, hier doch. Leider kein Dings mehr. Ah. Schade. Ach, das steht da immer noch. Ja. Mh. Auf jeden Fall sehr cool. Sehr, sehr cool. Hm. Ach, hier immer noch. Ähm. Okay. Ich habe irgendwie ein bisschen geflogen. Kann das sein? Egal. Kann ich den auch? Ähm. Ja. Aber man kann die auch bestimmt wegholzen, ne? Das geht ja. Ich habe es jetzt keiner gehört. Ich habe keinen Bock auf Gobloppelhainz und Muschiklausch. Da habe ich nicht so die Lust, Motivation drauf. Drei. Lust zu. Wenn man es sagen soll. Wie habe ich jetzt eigentlich? Ich spiele, ne? Ja, so, gehen wir mal schnell hin. So, in die Hütte rein, wünschen wir den Stuhl, wenn es zu bauen, also, äh, was, ach so, ähm, ähm, ja, heh, ach, ja, Hasen-Dinge brauchen wir wohl, wa? Interessant. Ja, wie gesagt, Tisch kann man jetzt bauen, also, Table, Tisch und einen Stuhl. Sehr geil. Das heißt, man kann jetzt auch eine größere Hütte bauen und sich auch wohnlicher einrichten, das ist sehr, sehr geil. Ja. Ah, hallo, ich, komm mal rein. Ja, den Rest, äh, was es sonst Neues gibt, das, äh, also, ich, ich, man kann ja nicht alles in die Beschreibung reinpacken, aber ich versuche, das Wichtigste reinzukopieren. Wie gesagt, dachte ich, ich mach mal wieder ein Video dazu, ein kleines. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß, bis zu dann, bis zu dem nächsten Update-Video. Ciao mit V.